Dieser Ford Transit mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Neun Personen haben in diesem großen weißen viertürigen Transporter Platz. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Tempomat, Wegversperre, Servolenkung und noch vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 101 PS auf ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 23.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.